und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin stabil begrüßt ganz herzlich und freue mich natürlich dass sie wieder einschaltet zu einer neuen folge hier zum microsoft simulator heute mit einer neuen baureihe und zwar ist es natürlich die baureihe 477 die berliner s-bahn im neuen design also älteres modell natürlich neueren design wir hatten ja letztes mal uns die etb 285 angeschaut und ja das ist es das ist der nachfolger davon die weit bis in den 2000er noch reingefahren ist und ja ich will sie euch heute zeigen fahren heute nach potsdam ja und starten das ganze hier jetzt habe ich jetzt gleich nach geguckt genau und das ist natürlich dass er dann berliner s-bahn für den microsoft transfer das ganze natürlich gespielt hier über open rails natürlich 4k und 60 fps also alles funktioniert hier ich bin mal gespannt wie euch das modell hier gefällt ich muss ganz ehrlich sagen sie sieht technisch natürlich also modell technisch deutlich schwächer aus als die letzte erstmal die wir jetzt hier hatten auf dem kanal aber ich finde dafür geht das in ganz in ordnung denn dieses ändern bietet nämlich zwei s-bahn die wir hier fahren können die baureihe 481 und die 477 und das ist eigentlich großartig wenn wir das ganze natürlich von potsdam bis zum ostbahnhof fahren können gut ich würde sagen wir bereiten alles vor lassen die fahrgäste soweit alle einsteigen wir haben natürlich ein bisschen ja verspätung schon ist wurscht wir fahren sowieso nicht nach fahrplan das macht wenig sinn richtungswender vorwärts und wird sagen wir fahren los so da ist er da ist wunderschön sie natürlich auch noch mit ja manuelle türen die ihr öffnen musste damals hatte noch nichts automatisch geschlossen natürlich aber sonst zum öffnen musstet ihr halt die tats also musste du musstet ihr die tür auseinander ziehen großartig also ich muss ganz ehrlich sagen für die damaligen verhältnisse war dieses ändern schon richtig richtig gut gewesen richtig gut so und schauen wir mal wir sind zu schnell sehe ich gerade so ein bisschen zu schnell gewesen dass wir hier gleich noch eine zwangsbremse kassieren hier war mit auch meiner meine meine ersten addons gewesen die tatsächlich gekauft habe berliner s-bahn wie gesagt aus alles was aus berlin kamen hatte ich damals gekauft ich war da so hin und weg gewesen so gelbe signal normalerweise pcb wisst ihr bescheid aber wir fahren jetzt erst mal in unseren ersten bahnhof ein und zwar nach wannsee das ist unser erster halt hier immer mal noch den knopf drücken hier schneller vorwärts kommen und die aufgabe dauert gar nicht allzu lang geliebt da braucht da also ich glaube 15 minuten 20 minuten sowas in dem dreh wird die ganze folge hier dauern und ja wie gesagt ich versuche gerade mal die ganzen s-bahn mal hier aus dem microsoft train simulatoren auf diesen kanal zu packen das könnte schon großartig werden ich habe die berliner cola dose hier das problem ist an der sache ich muss das ganze wahrscheinlich über den original microsoft train simulatoren aufnehmen das heißt über meinen laptop ja und der original microsoft train simulatoren hat maximale auflösung von 1280 x 1024 dementsprechend wird die folge auch dem so aufgenommen ja also da nicht wundern dass die qualität denn in dem nächsten in den nächsten ich weiß nicht wanz wann ich schaffe das ganze aufzunehmen aber es wird auf jeden fall folgen kommen wo wir halt ja leider gottes da ein bisschen was von der qualität ein büßen müssen auch weil sie gar nicht ob der laptop das überhaupt packt das eine oberfläche naja also ich versuche jetzt hier so ein bisschen was im markt natürlich was rauszuholen was geht ja ihr habt ja ein oder andere freut sich ja immer wenn wir hier so das ein oder andere hier noch vorstellen von microsoft train simulatoren dem wunsch möchte ich gerne nachkommen freue ich mich auch dass da interesse auf jeden fall ist weil ich finde wie gesagt den microsoft train simulatoren auch heute noch mit einer der besten train simulatoren die es gibt was natürlich jetzt ja wie soll man sagen technisch nicht mehr so auf dem level ist wie die heutigen simulatoren aber trotzdem das ist alles oldschool und diese addons die es damals für den microsoft train simulatoren gibt gibt es ja nicht für den trends von doof day games und ich denke mal auch dass es die nahe zukunft auch nicht geben wird was ich persönlich ist natürlich sehr schade für so nächste halt krieg mit sie und wir fahren hier mit unserer s-bahn ja wird natürlich ein bisschen so an ton ja ich habe geguckt und gemacht und ich weiß nicht was bei open rails manchmal immer so ein bisschen schief läuft ihr hattet ja in der letzten folge ja zum beispiel gesehen dass er da irgendwelche vergangenzimmer durch die lüfte geflogen sind und auch gibt es hier so den ein oder anderen triebwagen der absolut nicht fahren möchte weil er irgendwelche probleme hat und ja die berliner cola dose die hier habe sie fährt einfach nicht die rüttelt immer ganz kurz nach vorne aber mehr passiert nicht sie fährt halt einfach nicht los alle updates installiert ob es jetzt open rails ist update oder update noch von der alten berliner s-bahn nix hat geholfen schade deswegen wie gesagt muss ich das ganze jetzt erst mal den über den laptop aufnehmen vielleicht funktioniert es ja eines tages meinen kann man das ganze dementsprechend der noch mal wiederholen aber ich hätte in diesem zug gerne hier auf dem kanal damit wir vielleicht mal so eine kleine sammlung von berliner nahverkehrsmitteln haben diese gab gibt und immer gehen wird das wäre schon schön sowie das macht sich sich gerade jetzt erst mal deswegen wenn man jetzt mal ein bisschen hier rauf drücken 3,1 kilometer jetzt noch drei kilometer haben wir jetzt noch vor uns ja auch mal schön gesehen die stromschiene die hier parallel der linie lang läuft der strecke lang läuft was in den vielen microsoft train simulatoren er uns nicht vorhanden ist finde ich großartig dass das mit drinnen ist ich hoffe ja wenn es irgendwann mal machbar ist das lotus ja auch dieses ganze dass die ersten elterns vielleicht kommen so und das stromschienen alles was verfügbar sind ich glaube der aktuelle punkt her hat gerade meinen lotus simulatoren dass die signale noch nicht so korrekt oder aber es gibt noch keine signale weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig baue er zwar jetzt aktuell wieder für den lotus simulatoren aber ich bin mir gar nicht so sicher ob das eisenbahnsignale also deutsche bahnsignale gibt müsste man sich mal schlau machen aber wie gesagt das hier ist großartig ich glaube dass die sogar funken sprühen hier aber ich bin mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher sieht auch ne also passt nicht ich glaube jetzt aktuell sprühen sie keine funken leider haben aufgedrückt hoffen dass er da ein bild mindestens von gespeichert hat wie gesagt also lieber meine simulatoren ich liebe meine kleine microsoft train simulatoren bibliothek die ich die werde ich auch nicht mehr hergeben auch wenn es halt gefühlt 60 70 dvd schachteln sind ja die ich hier habe ich finde es einfach nur großartig nimmt zwar ordentlich viel platz weg aber es sieht gut aus wir sind zu schnell zurückbleiben bitte aber ein rotes signal direkt voraus das heißt warten die aufgabe ist auch schon schwierigkeitsgrad mithil ja was ich natürlich immer persönlich schade finde ihr wisst also ich habe ja damals auf microsoft train simulator schon sehr viel auf microhazard tv aufgenommen und habe dann natürlich auch die ein oder anderen sachen selbstverständlich schon angesprochen die mich hier so ein bisschen an open rail stören aber ein faktor der der mir hier noch so ein bisschen kopf zerbrechen macht das ist halt immer noch dass die umsetzung der aufgaben und der uhrzeit irgendwie hier in open rails nicht übereinstimmen wir fahren wie der henker also jetzt gerade nicht aber sonst zu zeiten von microsoft tv erfährst du wie ein hacker du kriegst diese zeit die unten links angegeben wird kriegst du einfach nicht gefahren ich weiß nicht was die da von einem wollen und wo da der fehler liegt jedenfalls funktioniert das ganze halt nicht ich weiß halt nicht woran das liegt finde es natürlich persönlich sehr schade so und wir können uns natürlich auch ein bisschen mal in der s-bahn immer hier umschauen dass das ist er hier sieht natürlich jetzt ein bisschen einpacken was aber guckt euch dabei hier diese schönen polster an die hier verfügbar sind natürlich haben wir auch hier wieder und so reinsetzen also das klappt also das ist hier berliner s-bahn hier das modell wo ist meine maus hier ja hier das was wir letzte mal hatten hier also großartig sind es natürlich hier mit der mittelmaustaste aber wenn das ganze natürlich hier mit der frei beweglichen kamera kann man hier schon gut umgucken wir haben rotes signal denn wir warten nämlich auf den kollegen der müsste da kommt da oder auch nicht der steht nämlich da aber kommt nicht ich hoffe dass das jetzt hier packt hier demnächst wir warten nämlich auf den hat ein rotes signal kann natürlich sein dass wir zu weit vorne stehen zu weit hinten so jetzt ziehen wir müssen vor vielleicht kommt er denn noch das sind natürlich denn die absoluten killer ja was das angeht dadurch kann man die aufgaben halt manchmal teilweise abschließen weil das halt so mit diesen aufgaben so gebunden ist zeit ne sollte man dieses rote signal hier halt und der kollege wird aber noch nicht das schaut nicht gut aus sollte da schaut jetzt nicht gut aus ja wir sind deutlich zu spät mit der zeit ja das ist halt jetzt wieder schön ärgerlich er hat jetzt ein dauerrotes signal wird dadurch jetzt nicht weiter und dadurch kommen wir nicht weiter das ist jetzt ein bisschen ärgerlich ja das sind halt die fehler von open rails und das ist auch so ein bisschen der grund warum ich dann sage ich will das eigentlich gar nicht aufnehmen weil das kommt leider sehr sehr oft vor diese fehler und dadurch ist für mich eigentlich das ja der magische train simulator über open rails eigentlich so gut wie nicht nicht spielbar weil du kannst halt nie sicher sein funktioniert das letzte mal ich muss dazu sagen ich nehme die folge zum zweiten mal auf beim ersten mal ging es und jetzt geht es wieder nicht aus irgendeinem grund auch immer das heißt wir stehen jetzt hier vor roten signalen und es bewegt sich nichts natürlich kann ich jetzt weiter vorfahren kassiere das rote signal aber es würde halt nichts passieren weil der kollege halt nicht weiter fährt das ist jetzt ein bisschen bitter nächster halt wäre jetzt babelsberg da würde auch schon potsdam kommen naja da kann man jetzt leider nichts daran ändern das ist halt open rails normal wie gesagt also es gibt so momente da funktioniert das ich muss dazu auch sagen dass ich hier ein paar einstellungen wieder getätigt habe wahrscheinlich müsste ich die doch mal wieder rausnehmen das sind halt standardeinstellungen von open rails die ich hier benutzt habe wieder habt ihr aktiviert um zu gucken warum die berliner kohlerdose nicht fahren möchte hab das halt wieder aktiviert und scheinbar muss es da ja irgendwie zu irgendeinem problem kommen deswegen das ganze hier leider jetzt abbrechen müssen leute das ist natürlich ein bisschen bitter aber mir ging es ja heute nicht um dieses add-on hier um die berliner s-bahn sondern mir ging es natürlich hier um die baureihe 477 und das wie gesagt ist halt großartig also ich selbst wie gesagt ein großer großer fan von dieser baureihe ich weiß ja nicht wie das bei euch so aussieht ob der ein oder andere von euch natürlich schon mit der s-bahn schon mal gefahren ist ich habe natürlich eure ganzen kommentare gelesen unter der anderen baureihe fand ich großartig also vielen dank dafür ähm der ein oder andere kennt sie oder kannte sie tatsächlich noch ja der andere liebte sie und dann gibt es aber auch wieder welche rum die natürlich gesagt haben nee das ist jetzt schon nicht mehr meine zeit ja aber vielleicht die baureihe 477 kann natürlich sein dass ihr sie kennt und eventuell ja schon damals unterwegs wart dann könnt ihr das ja gerne mal in die kommentare posten passt wieder was nein da kommt da kommt ja der kam mir auch schon entgegen aber die s-bahn halt fährt halt nicht los also ihr seht ne also so ganz funktionieren tut es leider nicht hier mit mit open rails das ist ein bisschen schade ja und deswegen ähm ist eigentlich schon schade warum das ganze nicht wirklich ich hoffe ja immer noch auf eine gog edition ja gut old games die gog edition dass die es irgendwann schaffen den microsoft train simulator lauffähig zu bekommen ich würde nicht mal also mir ist nicht mal das full hd wichtig ja das ganze hier in 60 fps und full hd läuft sondern dass man den alten microsoft train simulator auf modernen system einfach spielen kann darüber würde ich mich mega freuen und hoffe natürlich auch dass vielleicht ja good old games das irgendwann mal in die wege leitet ich hätte nie gedacht dass ein king of the road kommt für eine gog edition und es kam deswegen gebe ich die hoffnung hier bei dem microsoft train simulator einfach noch nicht auf dass das eventuell eines tages auch umgesetzt wird denn der microsoft train simulator ist halt damals ein großer meilenstein gewesen in der simulation welt halt und ähm naja gut ich will euch natürlich jetzt hier nicht voll labern ähm das war sie die baureihe 477 mal gucken dass wir das äh nochmal irgendwie abfahren das war vielleicht dann mal eine andere aufgabe uns dann mal raussuchen und äh dann wieder mit meinen alten einstellungen spielen denn da hat ja scheinbar alles funktioniert ich verabschiede mich hier trotzdem ja ich hoffe dass euch das video trotzdem gefallen hat und wir sehen uns dann zum nächsten part wieder wenn es weiter geht hier mit einer neuen folge microsoft train simulator hier auf diesem kanal ich verabschiede mich danke fürs zuschauen tschüss und bis zum nächsten mal tschüss wir sehen uns jetzt gut los hier sind 乾燥 k los